Im Dialog, Ingo Hof hat es ja bereits gesagt, eine gute Tradition bei Veranstaltungen der S-Bahn, dass Sie die Möglichkeit haben, auch Ihre Fragen loszuwerden zur aktuellen Situation der S-Bahn, zu den Dingen, die Sie schon immer über die S-Bahn wissen wollen oder schlicht und einfach auch hier zum Werk in Schöneweide. Als Gast habe ich heute eingeladen, das bietet sich geradezu an, den Geschäftsführer Peter Buchner. Herr Buchner, herzlich willkommen und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier herzukommen zu S-Bahn im Dialog und ja auch auf die kritischen Fragen uns heute Antworten zu geben. Ich würde ganz gerne mit der ersten Frage anfangen. Das Werk Schöneweide hat ja bei der S-Bahn schon immer eine bedeutende Rolle gespielt. Es gibt das Werk seit mittlerweile 85 Jahren und gerade in den letzten Jahren haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier ja einiges auf die Beine stellen müssen, bewerkstelligen müssen. Vielleicht können Sie ganz kurz zusammenfassen, was im letzten Jahr hier alles passiert. Ja, vielen Dank, Herr Pringet. Erstmal nochmal herzlich willkommen. Ich bin ja total überwältigt, wie voll das hier ist und wie gut die Stimmung ist. Vielen Dank dafür, dass Sie gekommen sind. Viel Spaß hier und ich freue mich dann noch auf die nächsten Stunden mit Ihnen. Hier in Schöneweide war die letzten Jahre so viel los wie schon lange nicht mehr. Neben ganz vielen Revisionen, so ein Eisenbahnfahrzeug muss ja alle acht Jahre einmal komplett auseinandergenommen und wieder zusammengebaut werden. Das waren im Schnitt im Jahr so 60 bis 80 Fahrzeuge. Wir hatten jetzt 100 Fahrzeuge pro Jahr, die wir durchbringen mussten und ganz viele Sonderarbeiten, zum Beispiel den Tausch aller Achsen oder auch zurzeit die Überarbeitung der Bremssysteme der Baureihe 481, so dass hier in Schöneweide zurzeit jede Menge Fahrzeuge durchgeschleust werden. Und nicht zu vergessen, die 485er, die alten Cola-Dosen, die ja wieder zum Laufen kommen sollen, wo noch 17 Fahrzeuge hier im Werk sind, die dieses Jahr noch raus müssen. So einen schönen, neu lackierten sehen Sie links neben sich. Experten sagen ja, dass mit der Ausmusterung der Baureihen 480 und 485 2017-2018 erneut nicht ausreichend Fahrzeuge für die S-Bahn zur Verfügung stehen werden. Meine Frage ist, ist das tatsächlich so? Und wenn es so ist, warum bestellen Sie denn nicht jetzt neue? Denn die Entwicklung dauert ja 5, 6 Jahre. Ja, das ist wirklich ein Problem. Wir haben auch das neue Fahrzeug, die Anforderungen an das neue Fahrzeug definiert und würden das gerne ausschreiben. Aber erstmal ist es an der Politik zu entscheiden, wer denn hier ab 2017 fahren soll. Und wenn diese Entscheidung gefallen ist, hoffentlich zu unseren Gunsten, dann werden wir auch Aufbestelle bestellen. Aber man kann keine Fahrzeuge bestellen, wenn man gar nicht weiß, ob man fahren darf. Das heißt, jetzt ist der Senat am Zuge und muss zusehen, möglichst schnell mit der Ausschreibung durchzukommen. Genau so ist es. Die ist inzwischen auch veröffentlicht. Und da hoffen wir, dass die so zügig wie möglich zu einem Ergebnis kommt, dass dann wer auch immer, ich hoffe, wir, die neuen Fahrzeuge bestellen kann. Ich gehe davon aus, ganz fest, dass die S-Bahn sich natürlich an dieser Ausschreibung beteiligen wird. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die Chance, dass die S-Bahn diese Ausschreibung für sich entscheiden könnte? Also selbstverständlich werden wir uns an der Ausschreibung beteiligen. Wir sind da schon kräftig am Arbeiten. Aber das Wichtigste ist, dass wir unseren Betrieb in Ordnung bringen, dass wir die letzten 3% an Zugkilometer, besonders die S-85, die letzten 3% an Zuglänge, vor allem noch die Tageszugruppe S-75, die auf Vollzüge gebracht werden muss, in Ordnung bringen, dass wir an der Pünktlichkeit arbeiten, weiter an der Sauberkeit, damit wir in Berlin gerne gelitten sind und der Wunschpartner sind. Daneben werden wir natürlich ein Angebot erarbeiten, wo wir uns hier nach der Decke strecken werden. Aber bei Ausschreibung weiß man natürlich bis zum Ende nie ganz sicher, ob man gewinnt. Aber wir werden kämpfen. Die Fahrgäste hatten es ja in den letzten Jahren nicht immer ganz leicht mit ihrer S-Bahn. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch nicht. Denn es war doch ein ganz schöner Stress, unter den Bedingungen einen vernünftigen S-Bahn-Betrieb am Laufen zu halten. Alle mussten die Ärmel hochklemmen und jetzt natürlich auch. Denn es gilt eben zu zeigen, dass wir es tatsächlich gut können, auch weiterhin. Und das in allen Teilnetzen der S-Bahn. S-Bahn-Mitarbeiter werden natürlich auch gesucht. Nachwuchsbrauch zum Unternehmen. Würden Sie denn sagen, die S-Bahn ist ein attraktiver Arbeitgeber? Auf jeden Fall. Die S-Bahn bezahlt faire Löhne nach Tarifvertrag. Die S-Bahn hat sichere Arbeitsplätze. Und die S-Bahn hat sehr viele Sozialleistungen. Sodass die S-Bahn ein attraktiver Arbeitgeber ist. Trotz der hohen Belastung vor allem der Mitarbeiter im Kundenkontakt. Die den Unmut der Kunden natürlich als Erste mitbekommen, wenn was nicht funktioniert. Und dass das auch so gesehen wird, sehen wir bei den vielen Anwärtern zum Triebfahrzeugführer, die wir jetzt eingestellt haben. Da haben wir hunderte von Bewerbungen bekommen. Nur auf die Mundenpropaganda hinten, dass wir zusätzliche Kolleginnen und Kollegen brauchen. Und auch unsere Azubi-Prenze zu besetzen, ist nicht schwierig. Es ist eher schwierig, zwischen den guten Bewerbern auszumelden. Alleine heute haben sich 700 neue Lokführer schon gefunden. Allerdings nicht wirklich zum Einsatz im Betrieb, sondern bei unserer Fotoaktion. Insgesamt 700 Besucher haben sich ablichten lassen. Können ihr Foto nachher daheim im Internet sich dann angucken. Und natürlich auch an die Verwandtschaft, die Freunde, weiterschicken. Wenn Sie und wenn Ihr, liebe Kinder, das auch noch machen wollt, solltet ihr unbedingt nachher tun. Genau gegenüber von der Bühne steht ein Zug mit dem Wort Tag der offenen Tür im Fahrzielkasten. Und da sollte man auf alle Fälle sich noch ablichten lassen. Kostenlos übrigens das Ganze. Bestimmt eine richtig schöne Erinnerung. Erstmal im Dialog heißt diese Runde. Und genau diesen Dialog wollen wir natürlich jetzt mit Ihnen führen. Sie haben ja schon so ein paar Fragen gehört, die tatsächlich von vielen Besuchern hier heute gestellt wurden. Und deswegen von mir stellvertretend nochmal an Herrn Buchner gerichtet wurden. Aber sicherlich ist auch in Ihrem Kreis hier vor uns die eine oder andere Frage, die Sie an Herrn Buchner, den Geschäftsführer der S-Bahn Berlin, loswerden möchten. Und deswegen wird jetzt der Ingo Ruff, das ist der Kollege, der hier vorhin die Bühnenmoderation schon hatte und nachher haben wird, zu Ihnen rumkommen, wenn Sie eine Frage haben. Und die können Sie dann gerne direkt an Herrn Buchner stellen. Und wer sich jetzt als erster meldet, ist auch als erster dran. Also Ihre Chance, mit Fragen direkt an Herrn Buchner loszulegen. Dann komme ich mal direkt zu Ihnen. Und, bitteschön, hält sich kurz vor, ne? Ja, Gabi, mein Name. Ich habe eine Frage. Wann will die S-Bahn einmal die alte Friedhofsbahn reaktivieren? Dann die Verlängerung oder die Reaktivierung der S-Bahn nach Falkensee. Die Bahn runter von Blankenfelder und dann nach Rangstorf. Und dann die Siemensbahn, die führt auch noch in Berlin. Und dann noch die Berliner Stammbahn, die führt auch noch in Berlin. Und außerdem, wann wollen Sie endlich die Kremner Bahn, die S25, endlich zwei Gerst ausbauen? Da habe ich schon seit Jahren immer zwei Minuten Verspätung und dann ist es hierüber. Okay, die Fragen sind verstanden. Sie wollen und fordern einfach mehr S-Bahn. Ich glaube, Herr Buchner, das müsste ja in Ihrem Sinne sein. Wann gibt es mehr Strecken, insbesondere die, die schon mal da waren? Ist auch in unserem Sinne. Wir freuen uns über jeden Streckenausbau. Streckenausbau ist Sache des Bundes, zusammen mit den Ländern, die die Musik bestellen und dann natürlich auch bezahlen. Das, was ja schon im Bau ist und was kommen wird, ist die S21. Die Linie vom Nordring zum Hauptbahnhof und dann wieder raus Richtung Gesundbrunnen und der zweigleisige Ausbau der Kremner Bahn. Das sind die Themen, die ganz oben auf der Liste stehen und die auch am Laufen sind. Bei den anderen Themen wird periodisch geprüft, ob die Projekte volkswirtschaftlich sinnvoll sind. Das, was aus meiner Sicht auch am vordringlichsten ist und was die besten Chancen hat, ist nach meiner Einschätzung Falkensee. Die anderen Projekte, die Sie angesprochen haben, sind bei Untersuchungen immer als weniger wirtschaftlich herausgekommen und deswegen gibt es da, nach meiner Kenntnis, keine konkreten Ideen, andere Projekte zu verwirklichen. Das heißt, Herr Buchner, also die Entscheidung darüber, ob eine S-Bahn-Strecke irgendwo hinführt, liegt gar nicht bei der S-Bahn? Nein. Wir fahren die Züge auf den Strecken. Die Strecken müssen zuerst mal von der Politik gestellt und bezahlt werden. Gebaut werden sie dann von DB Netz, die die Gleise ja bundesweit jedem Eisenbahnverkehrsunternehmen zur Verfügung stellen. Und wir sind dann diejenigen, die da drauf den Eisenbahnbetrieb machen. Also fordern Sie weiter S-Bahn, insbesondere bei den Ländern und Herr Buchner kümmert sich darum, dass da auch Rot-Gelde Züge fahren. Nächste Frage, bitte. Ja, ich habe noch einen Herrn direkt neben mir. Mein Name ist Reis. Ich wollte mich mal erkundigen, Sie hatten letztes Jahr angekündigt, für das Jahr 2017 eine Ausschreibung über einen neuen Fahrzeugtyp rauszubringen. Davon habe ich jetzt im Aufblick nicht mehr viel gehört. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Sie hatten akustisch gar nichts verstanden. Nochmal. Sie hatten angekündigt, letztes Jahr, für das Jahr 2017, wenn die neue Ausschreibung rauskommt, in Eigeninitiative und unabhängig vom Bestellern einen neuen Fahrzeugtyp in Auftrag zu geben. Da habe ich jetzt mehrere Monate nichts gehört. Da würde ich gerne den aktuellen Stand wissen. Vielen Dank. Ja, wir hatten eine sogenannte Verpflichtungserklärung abgegeben, von unserer Seite die Fahrzeuge zu bestellen und jemand anders in die laufende Bestellung eintreten zu lassen. Wir haben daraufhin die Ausschreibungsunterlagen erarbeitet. Die Ordner liegen bei uns im Schrank. Aber das Land Berlin hat uns gesagt, dass sie diese Lösung nicht wünschen, weil es da schon juristisch sehr viele Fallstricke gibt. Und das Land hat sich entschieden, eine Ausschreibung zu machen, wo die Fahrzeugbeschaffung Bestandteil ist und wo jeder Bieter jetzt seine Fahrzeugbeschaffung selber anschieben muss. Wir werden dann unsere Ordner aus dem Schrank holen, überprüfen, ob das, was die Politik will, auch eins zu eins sich darin wiederfindet, das anpassen und dann veröffentlichen. Wir stehen da gewähr bei Fuß und können ganz schnell handeln. Aber das wir vorab schon ausgeschrieben haben, das war leider nicht gewünscht. Und deswegen haben wir die Arbeit jetzt nicht umsonst gemacht, sondern sind jetzt gut vorbereitet auf die laufende Ausschreibung. Vielleicht mal eine ganz interessante Frage, mit was für Preisen muss ich da eigentlich rechnen für neue Züge? Ich glaube, rund 200 Viertelzüge müssten ja neu angeschafft werden. Was kostet das? Ja, wir reden um Größenordnung 200 Viertelzüge. Man weiß nicht genau, was solche Exotenfahrzeuge kosten. Die niedrigste Schätzung, die ich kenne, sind 600 Millionen. Die höchste ist eine Milliarde. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Aber Rot-Gelb sollen sie aussehen weiterhin, das hat der Senat bereits veröffentlicht. Das heißt, auf die Farbe werden sie nicht verzichten müssen, egal wer dann auf den Strecken hier bei der Berliner S-Bahn unterwegs ist. Machen wir weiter mit der nächsten Frage, bitteschön. Herr Buchner, erstmal recht herzlichen Dank für diesen wunderschönen Tag im Namen meiner Familie und sicherlich auch im Namen vieler Teilnehmer heute. Es wird ein sicherlich ein neues und besseres Verständnis geben für die Arbeit aller Mitarbeiter, aller Ebenen in diesem Bereich. Meine Frage an Sie, welche grundsätzlichen Überlegungen, Leitungsentscheidungen gibt es, dass der kommende Winter besser überstanden wird als die vergangenen Winter. Denn wir erleben es ja in Funk und Fernsehen, welche Probleme es mit der S-Bahn so gibt. Und wie sind Sie leitungsmäßig von Ihren Entscheidungen davon betroffen, dass alles künftig noch besser läuft? Also erstmal vielen Dank für das Lob. Das freut mich riesig. Das gilt stellvertretend an alle, die den Tag hier heute vorbereitet haben. Die sind auch alle da. Den Dank möchte ich mich mal anschließen. Das war wirklich eine tolle Arbeit. In den Winter 910 und 1011 sind wir an verschiedenen technischen Themen gescheitert. Das eine war, dass die Fahrmotoren der Baureihe 481 sich bei Flugschnee als sehr störanfällig erwiesen haben, weil sie schon relativ hohe Laufleistung hatten. Hier haben wir inzwischen alle Fahrmotoren komplett ausgebaut, neu gewickelt und wieder eingebaut. Das heißt, dieses Problem gehört der Vergangenheit an und wir werden zukünftig diese Motoren auch immer nach 1,2 Millionen Kilometer komplett überarbeiten, sodass wir in dieses Problem nicht nochmal reinlaufen. Das zweite Thema war, dass wir feststellen mussten, dass die Besandungsanlagen flächendeckend zufrieren, wenn es zu so Extremwetterlagen kommt, wie in den zwei Wintern, die ich genannt habe. Wir haben hier ein System entwickelt zusammen mit der Industrie, dass nicht nur der Füllstand und die Funktion der Besandungsanlage überwacht wird, sondern dass die Anlage auch kräftig beheizt wird. Dieses System ist inzwischen in alle Fahrzeuge Baureihe 481 eingebaut. In die Baureihe 480 sind wir gerade dabei. Das wird bis zum Winter abgeschlossen sein, sodass dieses Thema auch der Vergangenheit angehören wird. Das dritte Thema ist, dass die Antriebscontainer, die Sie hier unterm Zug sehen, sehr offen gebaut sind, weil die Technik da drin luftgekühlt ist und da zieht Flugschnee rein und führt dann zum Ausfall der Elektronik. Da haben wir sehr aufwendig Tests in der Klimakammer in Wien gemacht. Leider mussten wir da feststellen, dass die Ergebnisse wenig befriedigend sind. Wir haben hier im letzten Winter schon Filtermatten davor geklebt, um den Flugschnee-Eintrag zu reduzieren. Wie wirksam das ist, wissen wir nicht wirklich, denn im letzten Winter gab es ja keine solchen Wetterlagen, ich sage mal zum Glück, aber deswegen konnten wir auch nicht ausprobieren, wie wirksam das ist. Das heißt, da haben wir eine offene Flanke, von der wir aber glauben, dass sie beherrschbar ist, weil die zwei ganz großen Themen, an denen uns die Züge wie die Fliegen gestorben sind, die haben wir inzwischen abgearbeitet und deswegen sind wir sicher, dass selbst bei extremen Wetterlagen wir noch das Thema mit dem Antriebscontainer haben, aber die anderen zwar in dem Land. S-Bahn im Dialog mit S-Bahn-Geschäftsführer Peter Buchner und die nächste Frage bitte. Es gibt weitere Wortmeldungen, ich bitte Sie, sich kurz vorzustellen. Matthäus, gut, Herr Buchner, wir kennen einander aus alten Zeiten bei der Bahn. Ich selbst bin 30 Jahre bei der S-Bahn gewesen, vorzugsweise im Betriebsdienst und kenne die S-Bahn eigentlich aus den bitteren Nachkriegszeiten seit 1948. Was mich bewegt, ist nach wie vor die Pünktlichkeit der S-Bahn. Ein Problem, besonders für mich immer wieder tankierend, auf der Strecke der S-3, gegenwärtig zwischen Ostkreuz und Bergner. Die Züge haben, zumindest lang, wenn ich fahre. In aller Regel, es mögen etwa 80 bis 90 Prozent sein, ich führe noch keine Strichliste. Verspätung zwischen zwei und vier Minuten, das ist für mich eigentlich unverständlich und gegenwärtig auch für die Betriebsführung GIF, weil wegen der Eingleisigkeiten der Brücke im Karlshorst und im Bahnsteigbereich Ostkreuz oder zwischen Hummelsburg und Ostkreuz ja betriebliche Erschwernisse da sind. Eine Ursache für mich ist, dass die Züge der Linie S-7, S-75 und der Linie S-5 regelmäßig aus der Stadt verspätet kommen, was ich überhaupt nicht verstehe, bei den möglichen Zufolgezeiten und immer natürlich die Aufsicht unten in Ostkreuz wegen der Anschlussbindung unter Zwang verspätet abfahren. Es gibt weiterhin aus meiner Sicht Probleme im Wegfall der Aufsicht der Wohnungsburg Betriebsbahnhof, weil bei der gegenwärtigen Fahrplankonstruktion fast gleichzeitig die Aufsicht in Karlshorst zwei Züge abzufertigen hat, das kann sie einfach nicht. Und es wirkt auch dazu, dass bis hin zu den Ausgangsfahplänen, die seit Ende April, Anfang Mai gültig sind, die letzten erst vor zwei Wochen in Köpenick aktuell geändert worden sind. Ich schlage Ihnen vor, einfach auch mal die betrieblichen Unterlagen auf der Strecke anzusehen, weil das viele Ursachen auch dafür sind, dass die Züge einfach nicht pünktlich fahren. Jetzt muss Herr Buchner die Möglichkeit geben, natürlich auch zu antworten. Herr Buchner, pünktlich wie die Eisenbahn ist ja ein bekanntes Sprichwort. Geht das nicht für die Berliner S-Bahn? Also Herr Matthäus, die S-3 haben wir uns gerade angeschaut, denn diese Verspätung im Minutenbereich sind auf der S-3 wirklich ein Problem wegen der Anschlussbindungen, die wir zum Beispiel zu schöner Frühdost auf der Straßenbahn haben. Sie haben die Hauptursache auch ganz richtig beschrieben. Es ist das Warten auf Anschlussreisende in Ostkreuz. Wir fahren sehr häufig im Minutenbereich verspätet in Ostkreuz ab. Es ist ja nicht nur der Anschluss aus der Stadt, sondern auch wenn Lünzüge oben ankommen. Es ist am Ostkreuz sehr viel Umsteigeverkehr und die Aufsicht kann im Zweifel einen Zug nicht abfertigen, wenn der Fahrgaststrom gerade von der Treppe runterkommt. Und das ist die Hauptursache, dass wir sehr häufig einige Minuten verspätet aus Ostkreuz rauskommen und die Verspätung dann über die ganze Strecke weiterschleppen. Es sind keine 90 Prozent, aber es ist doch so 50 bis 60 Prozent, das ist eigentlich zu viel. Aber die Zwangspunkte auf der Strecke mit der Eingleisigkeit Karlsruhe und auch dem einen Wendegleis in Ostkreuz lassen keine andere Fahrplanlage zu. Wir haben das, nachdem wir uns mit einer schönen Frühdost auf der Straßenbahn da abgestimmt haben, in den letzten Wochen gerade ganz detailliert angeschaut. Ein Ausgangfahrplan, wenn der nicht aktuell ist, sowas ärgert mich persönlich sehr. Da bin ich selber auch sehr hinterher. Ich weiß, dass da sehr viele bei der S-Bahn hinterher sind. Wenn da doch mal einer durchrutscht, rufen Sie an beim Kundentelefon. Sie werden sehen, der ist schneller weg, als Sie schauen können, denn das ist natürlich nicht unser Anspruch. Schönen Dank, Herr Buchner. Ich gucke jetzt mal den Ingo Ruff an, der hier das Bühnenprogramm in der übrigen Zeit verantwortet. Darf ich noch ein bisschen oder überziehe ich schon? Nein, die darfst du natürlich gerne noch ein bisschen, Ingo. Und es gab gerade mal eine Frage noch zu Fahrstuhlen allgemein, die etwas klein und sollten speziell Friedrichstraße und Wannsee. Was ist da dran? Ja, Herr Buchner, ich weiß nicht, ob Sie jetzt alle Aufzüge im Kopf haben und wissen, was mit denen jeweils los ist. Aber das Problem ist, dass sie nicht funktionieren, oder? Sie funktionieren wohl schon, Sie sind zu klein von der Fläche her, sodass auch teilweise wohlbehinderte Reisende dort nicht hundertprozentig Platz finden. Wie ist der Stand der Dinge? Ich glaube, das ist für Sie schwierig zu beantworten. Herr Buchner, denn da ist die B-Station und Service derjenige, der sich kümmert. Ehrlich gesagt, wenn ich da jetzt wirklich überfrage, wie Aufzugsgrößen zustande kommen. Die Aufzüge werden vom Berliner Senat in allermeisten Fällen bestellt, bei Station und Service, dem Anlageneigentümer. Und wir freuen uns dann, wenn für unsere Kunden ein Aufzug da ist. Aber wie jetzt da die Größe festgelegt wird, da bin ich tatsächlich überfragt. Jo, tut mir leid, dass wir die Frage nicht ganz konkret beantworten können, aber die nächste bestimmt wieder. Bisschen. Gut, da geht es um die S-Bahn nach Falkensee, ne? Genau. Ich habe gehört, also so Zeitungen gehört, dass die S-Bahn wohl wahrscheinlich nach Falkensee und irgendwann später auch noch gehört hat, dass sie wohl auch nach Nauen verlängert werden. Wann wird es denn jetzt konkret passieren, dass die S-Bahn verlängert wird? Also die Verlängerung nach Falkensee ist wirklich ein Drama. Aus meiner Sicht leidet die daran, dass es ganz viele Interessengruppen gibt, die jeweils das Gegenteil von der anderen wollen. Die einen wollen ein zusätzliches Gleis von Regionalverkehr nach Falkensee, die anderen wollen eine zweigleisige S-Bahn, die dritten wollen eine eingleisige S-Bahn, das Haltekonzept in Spandau, Hackbuschstraße oder zwei Halte an anderer Stelle. Und das führt unter dem Strich dazu, dass es keinen Druck auf ein Projekt gibt. Und deswegen wartet der Bund, der das ja finanzieren müsste, ab, bis sie alle geeinigt haben. Die einigen sich aber nicht und deswegen ist in Falkensee zwar der Druck, theoretisch was zu tun, sehr groß, in der Praxis passiert da aber sehr wenig. Also meine Hoffnung ist, dass sich der Bezirk Spandau, dass sich die Stadt Falkensee zusammenraufen auf ein Projekt, sagen, das wollen wir haben, das ist hier Bürgerwunsch. Und dann das Land Brandenburg und das Land Berlin motivieren zu sagen, und das wollen wir jetzt haben, damit der Bund dann auch bezahlt. Ich war da gerade zu einer Veranstaltung in Spandau, wo das alles diskutiert worden ist. Da ging es sehr hoch her und da ist eben genau das passiert, dass jeder eine andere Idee hatte, was da fahren soll. Und so wird das garantiert nichts, denn da wird das Projekt dann kaputt geredet. Aber ich halte diese S-Bahn auch für absolut sinnvoll und fände es gut, wenn da haulich mal endlich was passieren würde. Ja, eine Frage, glaube ich, schaffen wir noch, ne? Ja, ich denke auch. Eine Dame hat sich ganz eifrig gemeldet. Ich bitte, bitte Sie auch, sich kurz vorzustellen. Mein Name ist Dagmar Pifo. Ich habe eine Frage, warum könnte man nicht auf den Stationen mal eine Toilette anbringen? Vielleicht von der Firma Wald. Ganz konkrete und pragmatische Frage vor allem. Aber gar nicht so einfach, weil wir gar nicht der Eigentümer der Stationen sind. So einfach ist es in vielen Fällen nicht. Warum es keine Kooperation zwischen Station und Service und Wald gibt, weiß ich nicht. Ich würde jetzt Ihren Hinweis auch nochmal zum Anlass nehmen, weil mich die Frage selber interessiert, da nochmal nachzufragen. Gut, herzlichen Dank. Das war S-Bahn im Dialog hier oben auf der Bühne. Sie können natürlich weiterhin den S-Bahn im Dialog suchen. Wir haben Herrn Buchner weiter in der Werkhalle, der ist noch eine ganze Weile hier. Wir haben außerdem auch noch unsere Geschäftsführer Jürgen Konz, Christoph Wachendorf und Christian Kaiser hier. Die sind hier irgendwo zwischen Ihnen. Also einfach mal auf der Schilder. Da links steht mein Kollege für Betrieb, der Jürgen Konz, der Kollege für Personal. Vielleicht können Sie mal rinken, dass man Sie sieht. Und hier ist noch der Finanzkollege, der Christian Kaiser. Also für jede Frage der richtige Ansprechpartner. Wir freuen uns im Gespräch zu bleiben mit Ihnen. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie hergekommen sind. Die gute Stimmung ist Ihre Stimmung. Behalten Sie die bei und löchern Sie uns mit Fragen. Und damit übergeben wir dann wieder an Ingo Ruff für das weitere Programm. Und ich möchte Ihnen mal einen Hinweis geben. Wenn der Ingo Ruff hier widerspricht, achten Sie mal genau auf die Stimme. Machen Sie die Augen zu und hören Sie nur seine Stimme. Und überlegen Sie mal, wie oft Sie diese Stimme in Berlin jeden Tag hören. Mehr würde ich nicht sagen. Viel Spaß mit Ingo Ruff. Vielen Dank an Peter Buchner, vielen Dank an Ingo Priegnitz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.